Ich melde mich noch mal an so einen emotionalen Tag wie heute. Das ist ja fast die Aufersehung von unserem neuen HSV, möchte ich gerne noch an einen Mann erinnern. Unser Hermann Rieger wird heute ein bisschen von oben runter geguckt haben. Da bin ich felsenfest von überzeugt. Hermann hat den HSV geliebt. Also Hermann ist immer noch unter uns, so sehe ich das. Ich bin mit seinen Nerven befreundet, der wohnt in München. Und wir reden oft über Hermann, also ohne Hermann geht gar nichts. Also mir kommen langsam die Tränen, aber jetzt muss ich Schluss machen. Also ich sag das noch mal ein, Emotionen ohne Ende heute und Hermann hat zugeguckt. Ich hoffe das, alles klar, nur der HSV. Alles Gute, wunderbar. Auf Wiedersehen, tschüss.